Zur Durchführung der Abbrucharbeiten am Berliner Tor kommt es an den nächsten drei Wochenenden zu notwendigen Vollsperrungen. Betroffen sind die Bürgerweide und die Berliner Tordammbrücke in den Zeiträumen von 12. bis zum 15. April, vom 20. bis 22. April sowie vom 27. bis zum 29. April jeweils beginnend um 22 Uhr und enden um 5 Uhr. Die Bürgerweide wird dabei für den Kfz, Rad- und Fußverkehr vollgesperrt. Die Sperrung der Berliner Tordammbrücke betrifft nur den Kfz-Verkehr.